herzlich willkommen zu einer nephew heute dreht es sich um eine ssd und zwar um eine ssd von toshiba die mit zugesendet wurde und zwar um die tr 200 in der 960 gigabyte version kostet in der version im schnitt 139 90 gibt es aber auch in den größen von 480 gigabyte für 62 euro 90 und in der größe 240 gigabyte für 42 euro 90. toshiba selbst sagt dass diese ssd weniger für kunden aus dem mainstream oder gar high end bereich gebaut und entwickelt wurde sondern eher an leute gehen soll wie do it yourself systembauer oder hdd aufrüster ich zum beispiel habe diese ssd in mein macbook gepackt um zu gucken wie die ssd so performt denn gerade beim macbook kann man zum beispiel sehr gut eine zweite ssd nachrüsten wenn man denn in meinem fall auf das cd laufwerk verzichtet was in der version noch vorhanden war bei ganz neuen macbooks ist ja schon gar kein cd laufwerk mehr verbaut in der tr 200 ist ein 64 layer 3d bics nand flash speicher verbaut der für einen geringeren stromverbrauch und eine kosteneinsparung für den verbraucher steht das heißt dadurch dass dieser flash speicher so kostengünstig aber trotzdem effektiv ist kann toshiba die ssd zu dem vorhin genannten preis anbieten und dadurch dass sie auch weniger strom verbraucht natürlich auch im endeffekt weniger laufende kosten für den verbraucher natürlich will ich in dem video nicht nur quatschen sondern auch zeigen welche geschwindigkeiten diese ssd drauf hat dafür habe ich einmal den black magic ssd test benutzt auf dem mac und man muss sagen über der black magic test zeigt halt auch auflösungen an die man dann theoretisch gut verarbeiten kann mit der ssd in der aufnahme oder im lesen und das sind einige auflösungen wie man hier im video sieht und die geschwindigkeiten die die ssd auch in einem anderen test in dem aja test den habe ich gefunden gezeigt sind ich sag mal normale ssd geschwindigkeiten die sind jetzt nicht schneller oder langsamer als andere ssds die bewegen sich in einem bereich der sehr sehr normal ist für ssds muss dazusagen die geschwindigkeiten die ich hier getestet habe sind jetzt nur im macbook also eine ssd schafft theoretisch auch noch 540 mb pro sekunde aber es kommt ja auch immer noch auf die restlichen schnittschulen im system an also kann dieser wert in anderen geräten auch noch mal abweichen und höher sein zum beispiel wie gesagt die uvp dieser ssd liegt bei 139 euro 90 kriegt die aber auch schon für 110 euro oder günstiger die preise bei festplatten medien oder speichermedien schwanken ja eh immer sehr hart also müsst ihr theoretisch wenn ihr euch für diese ssd interessiert selber einfach mal schlau machen was die momentan bei euch kostet beim händler des vertrauens ich habe aber auch noch link in der beschreibung gepackt wo man sie auch kaufen kann in dem fall ist das kein affiliate link davon verdiene ich nichts das ist einfach nur ein infolink für euch und auch hier im video seht ihr noch mal wie einfach ein ssd einbau sein kann selbst in einem macbook ich muss sagen in dem alten macbook von 2012 ist das eh noch sehr einfach bei den ganz neuen noch flacheren geräten ist das fast unmöglich aber bei sowas wie laptops oder dem alten macbooks geht das noch super und rundum kann ich sagen für den preis macht ihr bei dieser ssd an sich nichts falsch es ist eine solide ssd von einer namhaften firma wie toshiba wenn ihr also gerade auf der suche nach einer günstigen ssd seid packt die vielleicht mit in euren suchradius rein erkundigt euch ob sie zu euch passt und ich kann sagen vielen dank an toshiba dass ihr mir diese ssd zur verfügung gestellt habt dass ich die vorstellen durfte und ich bedanke mich fürs zusehen schreibt gerne kommentare oder lasst bewertungen da darüber freue ich mich und toshiba bestimmt auch bis zum nächsten mal ciao train Untertitelung des ZDF für funk, 2017